Los man, Mohammed ist doch fast tot, man, wollt ihr mich verarschen? Alter, ohne Spaß. Ja, gut so, Thomas. Wenn sie da Gruppenkuschel machen wollen, dann müssen sie das woanders machen. Okay, Messerfritzer. Ja, unsere Leute schießen, nigga. Ach ja, übrigens wäre ein Haar meine Arbeit abgebrannt. Beim Schweißen, ja, da ist ein bisschen was schief gegangen. Nicht seitens von mir, aber von einem, ja, ich weiß nicht, der hat so eine Hausmeister-ähnliche Funktion bei uns. Ein glorreicher Assist. Granatenkill. ExtremRaptor macht natürlich alle kalt. Wie findet ihr eigentlich solche Namen? Ich finde diese Namen total behemmert. Der behemmert, aber richtig. Oh, was ist das denn? Du schießt die ganze Zeit auf den und ich schieße einmal und dann kriege ich einen Kill? Was ist das denn? Okay, der wird von hinten kommen. Ja, klar. Habt euch gerecht. Schwere Munition kommt. Tja, also ich weiß nicht, wie es gerade steht. Wir gerade führen. Wett. Schwere Munition. Ja, wir... Ja, der ist auch tot, dieser Vollidiot. Stell dir genau vor einen Raketenwerfer, Vollidiot. Und schießt dich mal und lässt dich noch abzuklaren. Trottel. Alter, ohne Spaß, ne? Ich hab jetzt echt grad nicht mehr durchgesehen. Wisst ihr, was das Erschreckende ist, wenn ich bemerke, dass wir wegen mir und dann noch einem anderen nur führen? Boah, ich hätte sch... Ey, super, ey, Fazke. Ey, boah, der sieht den Gegner, aber er schießt nicht. Er schießt nicht drauf. Guck mal, der hat ja sogar eine 10er-Kill-Serie. Unser Mann. Na, ist doch top. Dann haben wir gewonnen. Alter, aber ohne Spaß, ne? Wie dumm sind denn bitte unsere Team-Mates teilweise? Ja, echt mal. Ohne Spaß, ne? Wenn solche Typen an einem vorbeigehen, dann müsste man es eigentlich pfeifen hören. Ja, guck mal, da, guck mal. Mr. Fosten, ja, der kriegt hier sogar noch eine blaue Waffe. Ja, feiert Fosten, ne? Weißt du, das Spiel denkt sich wahrscheinlich, oh, guck mal, ist er nicht mitleiderregend, wie furchtbar schlecht er ist. Weißt du, wir geben ihm eine Waffe, damit er wenigstens sich selbst verteidigen kann. Okay. Wir haben nicht ganz alle Missionen geschafft. Das machen wir aber dann bei unserem Selbstteil. Wir müssen uns jetzt vorbereiten auf die gläserne Kammer. Kannst du mal uns schnell noch toben, dann können wir abgeben, noch die Mission, was wir geschafft haben. Okay, das kann ich euch dann ja auch nochmal fix zeigen. Vielleicht kriege ich mir dann noch ein Update. Ich meine damit so ein Upgrade, was wir benutzen können für Statuspunkt des Sonnensängers. Ach ja. Und? Auch wenn das hier mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hat, nutze ich jetzt einfach mal die Gelegenheit. Thomas und ich haben nämlich noch beschlossen, Thomas wird im Hintergrund weiterhin zu hören sein. Oder wir machen das mit Handy, dass ich das dann auf das Mikrofon lege, damit er da zu hören ist. Weil da kann man leider nicht die Stimme nach außen hörbar machen. Wir werden nämlich euch nochmal die alte Karte zeigen, an denen wir so viele Jahre rumgebastelt haben. Welche Projekte noch eventuell anstehen, die wir dann noch weiterbauen. Minecraft nämlich. Die PS3-Edition. Voll cool, was wir da alles gemacht haben, was wir da alles erlebt haben. Das werden wir euch dann alles kundtun. Was hältst du von dem Gedanken? Ja, könnten wir mal irgendwann anbrechen. Oh ja. Keine Sorge, das ist ein Projekt, das kommt erst nach Destiny. Wir werden erst mal die Destiny durchziehen, bis wir mit der Story durch sind. Und dann kommt das. So, jetzt hat die Poststelle was für uns. Oh, achso. Ah, ein Nachweis. So, dann bewerte mal bitte meinen Helm. Okay. Warum ich mir eine Waffe kaufe? Weil die Waffe Level 7 ist und kacke. Hey, warum benutzt der nicht die? Die ist viel besser. Ja, mal gucken. Kacke. Hm, die Stabilität geht runter. Vielleicht ist das der Grund. Okay, warte mal. Okay, warte mal. Moment. Okay, die dürfte genauso schlecht sein wie meine jetzige, aber gut, machen wir. Verkauft. Du hast mir ja schnelle Dienste gemacht, aber verkauft. Verkauft. Ob ich sage, jetzt habe ich schnelle Dienste gesagt? Ist ja ein Ding. Ja. Okay. So. Hm. Mal gucken, wie sieht die Waffe aus? Oh, der ist besser als mein jetziger, aber... Aber die Granaten gehen runter. Die Disziplin. Aber die Verteidigung steigt. Was tue ich? Mehr Verteidigung. Danke, Krypteich. Oh, nee, warte. Oh, nee, warte. Vielleicht finden wir ja noch. Vielleicht kriegen wir doch... Jan, lass mich... Nee, nervt mich doch nicht. Ach, nee. Okay, und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bin's dann... Ja, ich bin gespannt, wie weit wir dann sind in der Story. Ich werde jede Woche, wenn ich Fröhönig Spätschicht habe, hier eine Folge hochladen. Bis Level 20 machen wir das. Und dann zeigen wir doch einmal unsere... Wir haben nachher schöne Tomotten. Und dann... Ja. Gucken. Und gucken. Und zacken. Genau, da bin ich auch schon mal gespannt. Ich verkaufe hier gerade mal direkt ein paar Waffen. Die ich nicht mehr brauche. Ich habe nämlich gemerkt, ich kann die Waffe jetzt nicht mehr aufrüsten. Weil ich keine Waffenteile mehr hatte. So, jetzt habe ich hier nochmal schnell Nachladen drin. Na gut, okay. Wir sehen uns dann gleich bei der gläsernen Kammer wieder. Und wir werden euch natürlich mitnehmen. So, dann zeige ich euch jetzt nochmal kurz den Beutezug hier, den sie hier machen wollten. Das ist ein... Sehr gut. Ey, noch so eine geile Mission. Ich soll jetzt wieder Warlocks töten. Und ich muss nochmal hier reingucken. Ach, tatsächlich. Jetzt kann ich die Waffe benutzen. Die auch. Pass auf die Fütze auf. Na klar. Die Tannen wieder töten müssen. Verarsch. Ich habe doch... So viel zuhle. Na ja. Na ja. Alles klärchen. Dann freut mich weiter. Ich immer wieder. Also dann, haut rein. Und Gir戴. Sehr mauvais. Und ich bin zurück. Ich bin zurücker. Und mein스닥. Das war sicher 2 skills. linolut. Ich bin zurücker. Vielen Dank.